Die Straßen sind ein fruchtbarer Boden für den Rap. Das ist Secundigliano, ein Außenbezirk. Im Prinzip ist ganz Neapel ein Außenbezirk. Mein Viertel gibt mir sehr viel. Das größte Geschenk, das es mir gegeben hat, ist der Traum. Wenn du hier aufwächst, träumst du davon, ins Zentrum zu gehen. Aber wenn du aus dem Zentrum kommst, von was träumst du dann? Ich habe es geschafft und meinem Leben eine Chance gegeben. Durch den Rap, durch die Musik. Und wenn ich dadurch für jemand anders ein Vorbild sein kann, dann bin ich stolz auf mich. Gib mir die Hand. Nimm das Kind. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Untertitelung des ZDF, 2020